Herzlich Willkommen bei Canyon Experience. Der ATK Descender ist ein super Abseilgerät. Wenn man als Guide unterwegs ist, passiert es oft, dass die Gäste etwas schwerer sind und dass man mehr Bremswirkung braucht, wie man bis jetzt gemacht hat. Durch die größere Haken, was auf dieser Abseilachter angebracht ist, kann man sich leicht alles ändern. Auch bei Excursionen passiert es oft, dass durch die schwerere Rucksäcke man auf einmal mehr Bremswirkung braucht, wie man gewohnt ist in die kleinere Abseilcanyons. Sollte man noch mit Doppelzeilen abseilen, ist es auch ein super Abseilgerät. Durch die zwei Öffnungen kann man die Seilen getrennt voneinander durchbringen und die Seilen verkrängeln sich nicht. Diese Karabine oder Abseilachter ist zu bekommen auf CanyonStore.nl. Diese Homepage gibt es auch in Englisch. Und wie das ausschaut in der Praxis, das zeigen wir dir jetzt. Leucht protestationéo getrennt und fälltücken auch durch ein Adelt. Wir sehen uns zum nächsten Mal. bund Tuis ucker Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.